Ein Zeichen, Männer, ein Zeichen. Sie nennt sich Maja. Kleine, fette, scheiße, Ratte Maja. Männer, alles haben die geplündert, diese Schweine. Oh, eine Festplatte, Sir. Wenigstens eine Festplatte. Ja, wenigstens was. Oh, da liegt ein Tod, der Skeff. Loot, Männer, Loot. Vielleicht haben wir doch Glück. Die haben was von ihm übrig gelassen. Deine Weste, sehr schön. Was ist das? Ein Zeichen, Männer, ein Zeichen. Oh. Jetzt warten wir hier wie das listige Stachelschwein. Da schießen sich schon die Köpfe ein, die... ...Trolle. Da kommt einer, Männer. Ich hab Angst, Skipper. Ruhe. Den hast du erwischt, Skipper. Ja, Kowalski. Schönes Ding. Wird sich doch wohl keiner hier hinten versteckt haben. Nein, sieht gut aus, Skipper. Dann können wir den Kerl ausnehmen, wie eine Weihnachtsgans. Lass sehen, lass sehen. Ja, die nehmen wir mit. Oh, da kommt einer. Er hat uns... ...den Armen mal trittiert. Los, Leute, Pürzelfleger. Ne, Flügelfleger. Genau. Der Pürzel ist noch heil, Chef. Zum Glück. Unser Heiligtum. Ganz schön viel los. Ja, Factory... ...ist ein Hotspot für Idioten. Und wir sind... ...auch ein paar davon. Da kommt einer. Aber wir müssen ja hier rein, wegen der scheiß Quest. Wo ist der Typ? Ach, hier. Weck das Ding, her das Ding. Das Ding auch. Einfach ignorieren, Männer. Einfach stur winken und lächeln. Da kriegt sie ja gar nicht mehr ein. Die Zeit, so... Ich seh's. Aber wir... Ein Scaf, so? Wahrscheinlich. Wo? Wo? Wo ist der? Wo kommt er rein? Erwischt! Heiß kalt, Sir. Du bist ein Killer. Hahaha, Kowalski. Hast du eine Ahnung? Tatsache, ein Scaf. So, schnell hoch. Das Ding abgeben. Wir haben noch zwei... Drei Minuten. Pflanzen. Ach nee, Place. Ich plant. Es hat nicht geklingelt. Ja, lass sehen. Och, hat gezählt. Hat gezählt, Männer. Wir reden mit ihm, Männer. Oh, da ist er. Er freut sich über Gesellschaft. Und er antwortet, er gefälligst. Da ist er wieder. Lass es dir schmecken, Kamerad. Uppatschki. Da kommt er wieder. Er grüßt uns, Männer. Er grüßt uns. Einfach stur lächeln und winken. Es schmeckt ihm nicht so. Wir haben nichts mehr gehört von ihm. Wo ist da hin? Komm, Männer. Wir mimen einen Scaf. Hehehe. Obatschki. Ich möchte auch Obatschki auf Befehl sagen können. Sind wir nicht ein echter Scaf? Doch, Chef. Sind wir. Ja, Chef. Du bist der beste Scaf, den ich je gesehen habe. Da hast du recht, kleiner Mann. Da drin ist er auch nicht. Spoiler. Hallo, Scaf. Ich glaube, er ist weg, Männer. Ich glaube, er ist weg. Na, Zeit für uns rauszugehen. Was für ein Mistwetter. Aber Wasser tut unserem Gefieder gut. Das stimmt allerdings, Skowalski. Da hast du recht. Ich fühl mich pudelwohl hier. Ja, kleiner Mann. Du möchtest gerne mal wieder ins kühle Nass springen, was? Oh ja, Chef. Mal wieder mit den Robben und Seehunden schwimmen. Robben, du Idiot. Die fressen uns doch. Ach so, ja, stimmt. Und Seehunde? Wir fressen uns auch. Alles frisst uns. Deswegen sind wir ja in die Armee eingetreten. Später desertiert. Und haben unsere eigene Kampfgruppe gegründet. Eine unserer besten Ideen, so. Ja. Wir können uns nur auf uns selber verlassen, Männer. Jahrelange Erfahrungen im Kampf und in der Taktik. Wir kennen uns bestens aus. In den Dschungeln dieser Welt. Ja, Sir. Das... Au! Sir! Wo? Was? Da! Bring ihn um, Sir! Bring ihn um! Diese Ratte. Diese elende Drecksratte. Hat wohl im Gebüsch gehockt. Diese Sau. Hat uns zu Klump geschossen, Männer. Von uns ist nicht mehr viel übrig. Schnell so, schnell so. Schatz. Alter. Da liegt diese Ratte, Alter. In einem unbekannten Land. War eine Ratte wohl begann. Und diese Ratte, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, fette, scheiße Ratte. Maya. Maya, du siehst scheiße aus. Maya, komm noch nicht nach Haus. Maya, 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 du siehst scheiße aus. Oh, er hat einen Factory-Key. 60.000 Glockenmänner. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir nur noch heil rauskommen. Wir sind nur noch ein Fetzen unserer selbst. Ich kann den Ausgang schon riechen, Männer. Aber da ist die Stelle, nehmen wir noch mit. Ach, Mist. Schon halt noch geplündert, Sir. Aua. Ja. Die lassen auch keinen Stein auf dem anderen. Wir haben es gleich, Sir. Wir haben es gleich. Unsere Knochen, Männer, unsere Knochen. So, raus hier. Puh. Geschafft. Jetzt hören wir auf einmal nichts mehr. Funkstille. Aber da war doch was, Sir. Ja, habe ich auch gehört. Hm. Na, dann schleichen wir uns langsam zum Ausgang, Sir. Da. Glück gehabt. Ich bin am Hänger hängen geblieben. Hänger. Hängen, Sir. Ein Wortspiel. Gowalski. Das ist keine Zeit. Das ist nicht die Zeit, lustig zu sein. Entschuldigung, Sir. Ja. Steht bequem, Soldat. Wir haben es ja geschafft. Danke, Sir. Mose nehmen wir mit. Die Klobrille auch. Ja, schöner Lut. Dollars lachen, Sir. Da. Mist. Jetzt hat er sich wieder verpisst, Sir. Ja, verdammte Scheiße. Oh, äh, Entschuldigung. Was ist noch da, oder? Ich denke schon, Sir. Da ist er. Ein Klassiker, ein Klassiker, Sir. Ein klassischer Schuss. Danke. Komm, wir nehmen hier weiter aus. Dann lass mal sehen, den Sportsfreund. Hm, 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 hm. Wäre er mal lieber nach Hause gegangen. Jetzt müssen wir der blöden Kuh von Mutter sagen, dass wir ihn leider über den Haufen geschossen haben. Müssen wir, Sir? So, dann mal raus hier. Scheiße, Männer. Scheiße. Also, so. Bis zum nächsten Mal.